einen wunder guten wünsche ich herzlich willkommen zurück in riftbreaker into the dark dlc und wir sind auf dem weg zum kern von galatea ich frage mich ob das jetzt schon der letzte abschnitt ist bin mir nicht sicher könnte sein dass jetzt gleich ein bosskampf kommt die dlc sind tendenziell ja eher ein kleines bisschen kurz gehalten so wir müssen den bohrer aktivieren habe ich gerade mr riggs abgewürgt er sieht schon cool aus die sequenzen haben sie gut gemacht sind nett ach nee ich habe die ausrüstung angepasst ja okay ich habe gerade gesagt hat gedacht wenn das jetzt der der endboss kampf ist sollte ich vielleicht meine ausrüstung noch mal anpassen aber ich glaube es könnte funktionieren was soll ich sagen subsurface travel complete rift jump capabilities enabled it was a difficult journey but the seismic navigation array worked very well we are close to the bottom of the limestone cavern system wow we made it in one piece i have always enjoyed studying geology science pays off how far from our destination did we land we are close all signals cut off about a kilometer and a half down this tunnel the anoryx anomaly must be there there's no time to waste we have to stop the anoryx from spreading further let's go die sind so krass schnell explodierende pilze ich hasse es okay ich muss halt ich muss den sprung austauschen ich bin es nicht gewohnt nehmen wir vorstellen wie der aber daneben war warte mal wir können doch wir können doch cryo nehmen wir den titan ferdonit energie er säure braucht palladium schade energie spur gegner betäubt tansanit und uran uran haben wir eigentlich ein bisschen was ne hier verm Algorithisch Magick ich stecke noch mehr wir können auch viel ein bisschen mehr ich mache jeden Tag im sp Griff der Durchquere den Tunnel Also ist das wahrscheinlich Ist auch nicht der Schluss Rudeln ist hier so gar nicht Das war's für mich Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich mag die Musik. Die Dinger sind ja richtig useful. Ich hatte glaube ich noch nie Angriffsdrohnen dabei. Es scheint wirklich immer random was drin zu sein. Ah, das ist wieder so eine... Durchlaufen und fertig sein. Nein. Huch. Huch. Die Dinger darf ich nicht vergessen auch zu schlagen. Ah, da ist jetzt Pferdonid drin. War da immer schon Pferdonid drin? Nein! Nein! Ich hasse explodierende Pilze. Wenigstens laufen wir schnell. Probieren wir mal unser Laserschwert. Das könnten wir uns angucken. Nein. Okay. 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 Dafür ist das ziemlich geil. Oha. Oha. Vielleicht war das ein Fehler. Es ist nicht schlecht. Ich müsste mir mal noch den Hammer angucken, glaube ich. Aber ich glaube, mein All-Time-Favorite bleiben die Häuslinge. Oha. 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 Gehen die Dinger? Nein. Klop, klop. Schön, wenn sie explodieren, bevor ich da drin bin. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich da drin bin. habe ich schon gesagt, dass ich Necrodons nicht mag die sind voll dobelig aber euch mag ich gebt mir lecker oh Hazenite, sehr schön leckere Ressourcen nein, lass das nehm ich ja ok, ich glaube das dürfte der Weg zum Endboss sein ich glaube, ich glaube großkaliber Profi was habe ich in der Fall das habe ich in der Fall freigeschaltet, wollte ich gerade sagen schauen wir gleich mal natürlich musste ich ihm noch eine mitgeben weil ich wieder nicht geguckt habe ich mag keine Necrodons die sind hoffentlich wirklich ah, Feuerpfeil nice ich würde gerne sagen, das war bewusst aber so bewusst war das gar nicht ich hasse dich, ich hasse dich ich hasse Necrodons ich hasse Necrodons ich hasse Necrodons noch mehr oh jetzt sind das auch noch das einzige was ich noch mehr hasse als Necrodons sind glaube ich explodierende Pilze links und rechts töte ich hier Schnecken und das will ich gar nicht ich habe ja gut funktioniert ich weiß ich sage es immer wieder ich mag nicht das hat er gehört der handjob of doom ist wieder da so einmal gerade durch so 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 ach du heiliger ich hasse diese dinge ich weiß ich hasse sehr vieles aber immer noch besser als die necrodons so so das hier sieht doch aus als könnte man da gut eine kleine base hinpacken falls es könnte wirklich sein dass das hier abgeschlossen ist dann würde ich sagen ich habe schon zehn außenposten ich habe doch keine zehn außenposten ich habe wirklich zehn außenposten so so wie habt ihr mich denn jetzt gesehen ja und noch mittendrin festgehauen ja ist klar ja ist klar geh weg ich glaube ich muss mal meine außenposten etwas ausdünnen es sind doch doch keine zehn jetzt komm ich habe doch keine zehn außenposten also habe ich habe ich okay ähm wir machen einen quick save denn ich glaube jetzt kommt der boss kam das was das jetzt das Die Anorik-Anomaly ist hinter diesem langen Passage. Es ist bereits mit meinem Werkzeug. Stopp hier für einen Moment. Wir werden nicht riftjumpfen von hinter diesem Passage. Wir müssen uns für unsere besten Kompat-Equipment vorbereiten. Die letzte Worte mit dem Anorik-Wurm war sehr schwierig, aber wir haben es geschafft. Wir werden wieder gewinnen. Es ist aber... Du musst dich vorsichtig, Ashley. Wir wissen nicht, ob es noch schrecklich ist, nach der Worte, Ich habe die Vermutung, wir machen jetzt einen Heart-Safe, dass dieser Kampf dezent schwieriger werden wird. Aber... Theoretisch sollten wir das hinbekommen. Praktisch sind wir tot, wahrscheinlich. Nein, wir schaffen das. Bob, der Meister, Baumeister. Ja, wir schaffen das. Wir haben erreicht, die Anorik-Anomaly. Ashley, ich mag es hier. Die meisten meiner Sensoren sind silent. Es gibt nichts zu processen. Es fühlt sich wie Rester. Es ist nichts zu sein, Herr Riggs. Es gibt nichts zu lieben, über dieses Ort. Ich kann das Phantom Pain in meinem Arm wieder fühlen. Aber diese Zeit, es bewegt durch meine gesamte Körper. Mhm. Es ist quasi wie es, wenn es mir sagt, dass die Gefahr ist real. Dass es kein Gehäuer zu haben. Nicht deine Gefahr zu halten, Ashley. Ich habe nicht die Anorik-Anorik-Anomalyse zu töten. Und ich werde nicht die Anorik-Anomalyse zu tun. Ich werde es auch nicht tun. Du bist richtig. Wir können das tun. Es ist Zeit, um das Phantom Pain zu töten. Ich habe so eine Vermutung, dass wir vielleicht ein paar Türme gebrauchen könnten. In diesen engeren Gängen. Vielleicht war das auch falsch. Die Worm ist in viel mehr Anorix-Krystals als vorher. Es wurde fast komplett assimiliert durch die Substanz. Es sieht vermutlich ausreichend. Warum schlägst du mich, Creature? Du solltest nicht hier kommen. Ich werde dich nicht stoppen mit unserer Mutter. Ich werde dich nicht stoppen mit unserer Mutter gehen. Sie werden mit ihr und machen uns eine. Mmh Hm so geht das Vielleicht waren wir etwas überequipt Stop we've injured the creature it stopped fighting back You win little creature I am too weak to fight you any longer The crystals they are but a whisper now a fog has lifted from my mind Those crystals they sag to me I tried to resist them I tried to push them back to the surface but I was too weak to do that They controlled me through their song I don't hear any voices I am not one of them I want to destroy this substance the anorex Please let me help you I can try to remove it from your body if you just give me enough time I can hear them just like I hear your voice in my head I didn't want to listen but they made me They made me go deeper I can hear them calling me now Yet they lost this battle they are too weak to control me I am too weak to go any further I don't hear any voices I am not one of them I want to destroy this substance the anorex please let me help you I can try to remove it from your body if you give me enough time The anorex as you call it it sings to you as well yet you are deaf to its melody your body is too small to feel its resonance you cannot hear it and it will not hear you you make them silent for a while but I already hear them brewing back time is not on our side little creature This substance is a disease it has corrupted you and all of the creatures in your path it wants to reach the heart of the planet and feed off its energy and replicate that would mean the end of this world and I don't know if we can stop it anymore It cannot control the smaller creatures it can only drive them insane they don't understand it just like you cannot there is no need to fear them I am the one that must be destroyed Wait why did you stop here why didn't you go deeper It wants to call my kin when I am consumed it wants to make my body sing but I have learned this song and I will not allow this No my arm my arm is burning Danger the anorex crystals are imploding Ashley we have to evacuate Ashley are you there What happened there are you alright Ashley you were screaming with pain when the cave started to collapse it looked like you were communicating with that creature before that but you weren't talking Es ist weg. Der Anorex ist weg. Der Worm hat uns geholfen. Its voice hat eine Resonanz-Cascade in der Anorex-Krystal Struktur geholfen. Und das hat eine Reaktion-Kreaktion geholfen. Warum sprachst du dein Arm again? Du hast es seit Jahren verloren. Und der Phantom Pain sah, wie es dir was zu töten. Ich weiß, was du zu sagen. Aber es macht keinen Sinn. Wenn ich den Anorex hier bringe ich, würde es in meinem Körper sein. Nicht meine Prostetik. Ich glaube das nicht. Dann, woher die Schmerzen kam? Ich weiß nicht. Ich verstehe das nicht. Wir haben nur eine totalen Annihilation und es ist nur Glück, die uns geholfen hat. Wenn die Schmerzen sich nicht, dann... Ich weiß nicht, dass wir die Anorex-Kreaktion haben können. Ich kann nicht erkennen, dass die Neutrino-Kreaktionen abnormale Anorex-Kreaktionen. Ich glaube... ...damit haben wir die DLC jetzt durch. Hm. Vielleicht war ich wirklich ein bisschen over-equipped. Wobei das Capes-System auf jeden Fall sehr geil gewesen ist. Kristall-Kanone. Einzigartiger Skin für Mr. Riggs. Wir sind zurück in der Crystal Caverns-Kreaktion, Ashley. Das war die größte Schmerzen-Kreaktion, die ich gefunden habe. Gut. Ich kann die Schmerzen durch die Schmerzen in der Schmerzen. Ich fühle mich sicher. Der Anorex-Wurm ist weg. Ich weiß nicht, dass die Anorex-Kreaktion hat. Die Schmerzen die schon getrennt werden, werden feral. Aber wir können sie mit ihnen. Wenn das Wurm gesagt ist, dann muss sie nicht eine Existenz-Kreaktion an den Planeten stellen. Das ist alles wie normal. Du denkst, dass wir unsere Anorex-Kreaktion für Anorex-Anomalien haben? Wir können nicht selbst den ganzen Planeten suchen. Wir können nicht realistisch machen, wir können alle Anomalien-Kreaktionen aus der Neutrinen-Kreaktion. Das ist die Signatur-Kreaktion anorex-Kreaktion. Außerdem müssen wir zurückkommen zu unserem Hauptsiegericht. Das ist das, Ashley. Während wir hier sind, ich denke, dass wir sich an diesem Biome nehmen können, an der Natur-Kreaktion-Kreaktion-Kreaktion. Außerdem, einige der kreaktion-Kreaktion-Kreaktion können sich auch auf derartigen Kreaktion auskultiviert werden. Das ist gut, Herr Riggs. Die Extraaktion-Kreaktion sind immer willkommen. Hm. Gute Idee. Ja, da... Wirklich? Da waren wir doch schon. Achso. Jetzt habe ich mich ja weit geportet. Gut, wir sind zwar schon eine halbe Stunde drüber, oder über eine halbe Stunde, aber das machen wir noch. Wirklich? Ja, kurze DLC, aber gute DLC. 10 Euro. Ich glaube, 10 Euro, oder? Ich muss nochmal gucken, aber ich glaube, es hat 10 Euro gekostet. Und ja, wir hatten Spaß. Wir sind auf jeden Fall einige Stunden hier drin gewesen. Wahrscheinlich zu viele Stunden, weil ich immer mal wieder hin und her gelaufen bin. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja. Ja. Ist das Sarkasm? Oder ein genuieres Wunder? Ja. Sagt die Elite-Scientist slash Kommando. Das Beste, das die Humanität zu offeren hat. Hm. Oh, komm mal. Geh in den Tunnel. Okay. Vielleicht sind wir doch noch nicht fertig. Interessant. In diesem Falle sehen wir uns natürlich das nächste Mal wieder. Liked, kommentiert, wie immer, würde mir sehr helfen. Und bis zum nächsten Mal. Tschausen.